So, weiter geht's. Jetzt werden wir mal uns da rüberschießen oder wie oder was? Go, 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 go! Kann ich lenken? Nee. Ich verspreche, es wird nichts wehtun. Doch, legen Sie den Fraubtier weg, Schluss damit! Sag mal, ist sie zu blöde? Hat er sie nicht schon vorhin angegriffen? Ja. Isaac, bist du da? Du hattest recht, Isaac. Die Schmur ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh an Bord. Deinem Leben bin ich dabei. Deinem Leben bin ich dabei. Bin ich nicht tot? Ich verspreche, ich bin nicht tot. Alles wird gut. Das verspreche, ich. Es wird kein bisschen mehr. Luftpunkte über dein Gesicht. Schwach! Ich lauge dich die Nadel, Stoß! Verdammt nochmal! Ja. Okay Leute, elftes Kapitel schon. Gehen wir weiter. Und wieder hätte ich das in die letzte Folge einpacken können. Ach man, ist egal, man kann ja nie wissen wo der Speicherpunkt ist und bla bla bla. Und mittendrin habe ich auch keine Lust das aufzunehmen, also mittendrin zu stoppen. Weil das ist mir schon öfters passiert, dass mir mal ne Folge abgeschmiert ist und dann muss ich das alles neu machen. Und deswegen, das ist nicht so doll. Aber egal, wir haben gar keine Energieklonen, dann können wir auch weiter gehen. Ist ja nicht so schlimm. Dann werden wir jetzt weiter gehen. Okay, mein Inventar ist so voll. Was habe ich denn so viel drinnen? Ich habe sowieso schon übelste Flammenwerfer Munition sehe ich gerade. So dringend brauche ich die nicht. Ist hier drüben was? Ne, dann gehen wir weiter. Hier kommen dann bestimmt wieder diese Rennviecher, oder? Da sind sie doch schon, ey. Ich hasse diese Brut. Drecksvieh, du. Meinst du, ich sehe dich da nicht? Ich hasse diese Viecher, habe ich das schon gesagt? Ja, mehrmals. Reicht auch jetzt. Ihr wisst es ja jetzt, dass ich das, diese Art von Viechern nicht so besonders mag. 3.000, ey. Habe ich immer noch nicht genug Platz für diese... Komm, leck mich doch. Dann gehen wir eben weiter, einfach. Jetzt sind ja keine Dinger mehr in der Nähe, glaube ich. Nicht, dass ich irgendwie andere Munition wieder in der Tasche habe. Die ich gar nicht brauche. So, habe ich jetzt Platz? Nicht für Flammenwerfer. Für Plasma, ach egal. Gehen wir weiter. Wir haben schon genug Munition. So schlimm ist das nicht. So, hier durch, das ist ja offensichtlich. Wo sind wir jetzt? Warum haben Sie das getan, Stross? Ich ertrage es nicht, dass der Helikante ist. Ich musste Sie sehen lassen. Schritt rein. Was ertragen Sie nicht? Was ist der letzte Schritt? Wie? Davon hatten Sie Angst. Ich ertrage den Marker zerstöre. Aber jetzt zufrieden. Wir müssen helfen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Schritt rein. Spross! Doch, ich bin nicht zufrieden. Doch, ich bin nicht zufrieden. Oh Mann ey. Da war es doch schon der erste Punkt. Oh, das wird diesmal knapp. Ach, ich habe es doch geschafft fast. Wir kommen hier noch mal. So, das ist der erste. Zweite. Dritte. So, gehen wir weiter. Was? Hey, wo bist du, Monster? Oder war das jetzt hier einfach... Was ist denn das? Das Geröll. Wir sind in einer Höhle, oder was? Wo muss ich denn lang da? Das Mal habe ich das gesehen. Nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Hey. Mich kotzt das gerade ziemlich an mit dem... Mit der Energie. Äh, Munition meine ich. Wir haben davon so viel. Ähm, schmeiß ich die weg. Plasma-Energie ist nämlich viel wichtiger. Da die Buffer viel besser ist. So. Ähm... Immer schön gut umgucken. Da ist zum Beispiel eins. Okay. Energie-Knoten. Ach, das ist gar nichts zum holen. Okay. Dann habe ich mich verguckt. Das kann ja mal passieren, ne? Das kann ja mal passieren, dass man was anderes sieht, als es wirklich da ist. Und... Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ein Speicherpunkt und ein Shop. Dann gehen wir ja erstmal in den Shop. Und gucken, was wir so haben. Wir haben ja nichts zum zu verkaufen, oder? Ausrüsten. Die kann man ja nicht wieder verkaufen, die Anzüge. Das ist natürlich schade. Ähm... Was haben wir denn, was haben wir denn, was haben wir denn, wir können zwei Staser verkaufen. Dann können wir uns hier zwei Dinger nachfangen. Und das war es eigentlich auch schon. Dann können wir weitergehen. Beziehungsweise, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut wieder. Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.